Keine Brieftasche, kein Ausweis. Die Leiche wurde offenbar gebleicht, innen und außen. Zückt die Stifte, Jungs. Das nennt sich Spurensicherung. Gehen Sie. Gehen Sie bitte. Er hat ne Theorie. Was ist denn? Was ist denn? Was? Was? Das ist Karin. Nein! Jess! 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 Oh, mein Gott! Nein! 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 Ah! Ah! Hilf mir! Hilf mir! Oh mein Gott! Ah! 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 Frag sie doch, ob sie mit dir ausgeht. Die wildschöne Harvard Juristin und der FBI Bulle aus der hintersten Ecke von Brooklyn. Jetzt reicht's aber. Das LAPD hat eine nicht identifizierte weibliche Leiche in einem Müllcontainer gefunden. Das ist Carolyn. Das ist deine Tochter. Hilf mir! Hilf mir! Das ist der Kerl. Die Todesstrafe wäre noch zu mild für ihn. Es geht einfach nicht, dass du ihn jetzt hörst. Sie lassen ihn laufen, oder? Es tut mir leid. Er ist schuldig. Wir können ihn nicht einfach gehen lassen. Wir werden ihn kriegen. Egal wie. Ray. Jess. Ich hab ihn. Es gibt 696.000 weiße Männer in unseren Gefängnissen. Wenn man sich jeden Abend 1906 Gesichter ansieht, hat man in einem Jahr alle durch. Und das hab ich getan. 13 Jahre lang. Rollen Sie den Fall wieder auf. Ich könnte es nicht aushalten, wenn er wieder davon kommt. Können wir das nicht etwas weniger offiziell angehen? Gerechtigkeit. Das bin ich meiner Tochter schuldig. Wir müssen den Kerl finden, und zwar vor Jess. Sie wird nicht aufhören. Er kann seinen Job hinschmeißen. Er kann seinen Namen ändern. Er kann seinen Wagen verschrotten. Er kann machen, was er will. Ich finde ihn. Das Kind verschwindet. Und die Eltern sagen gar nichts. Zu niemandem. Das ist doch komisch. Weil Sie mehr an Gott als an die Polizei glaubten. Können Sie damit leben?